Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben. Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert. Sie sperrten Rourke monatelang in ein Loch und ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften. So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinen Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präzise. Rourke war nun ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Wie krass. Du hast es mir vor langer Zeit beigebracht. Ghosts brechen nicht. Nun, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal. Jeder brecht, Elias. Frag doch mal deinen Freund Ajax. Er ist ja nicht mehr unter. Du. Nimm seinen Stuhl. 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 Okay. Bring den Bastard her. So Ende des also Elias. Du wirfst mich aus diesem Flugzeug. Ach joa, wieso nicht. Du wirst mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was, willst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Antworten wir, Rourke. Denkst du wirklich, du kannst mich brechen, Elias? Klar. Na los doch. Komm schon, hier bin ich. Ich bin ihn nicht. Bring ihn zu mir. Es ist vorbei, Rourke. Du bist besiegt. Niemand hat mich besiegt, Elias. Du hast mir mein Job gerade immens, Elias. Was? Ach, du Kacke. Oh, ne. Wenn du das überlegst, Junge, such mich. Das werde ich tun. Es ist immer Platz für einen Meer. Nein. Autsch. Ey, das hätten wir gar nicht überleben dürfen. In Top Raider wären wir jetzt gestorben. E drücken. Ich will nicht fallen. Nicht schon wieder. Also ich bin hier. Okay, wir haben jetzt noch Ratter auf dem Arm. Wenn du mich hörst, versuch die Absturzstelle zu finden. Wir sind auf dem Hügel. Unten und leise bleiben. Dann findest du uns. Du kannst es schaffen, Junge. Wenn wir alle in der Flas. Wenn er weben. Vielleicht. Aber ich sage schon mal falsch. Wir sind immer noch Patrouillen unterwegs. Okay, wir haben einen direkt vor uns. Wir pirschen wir uns mal ran. Okay, da sind nochmal welche. Wir sind nah dran. Deine Gruppe näher liegt an der Position. Verstanden. Pass auf dich auf. Was sind die denn? Sollen wir ihn erschießen oder nicht? Das ist auf jeden Fall noch irgendwo einer. Aber ein bisschen weiter weg. Ich glaube wir müssen das einfach tun. Wir haben ja einen Schalldämpfer zum Glück. Ich zeige denen jetzt was Ghosts sind. Wo ist der denn? Irgendwo da. Ist egal. Wir lassen ihn einfach mal. Da ist die Obstützstelle. Da müssen wir hin. Ist einer. Ne, da sind... Oh fuck, da sind mehrere. Die sind ziemlich nah. Okay. Der sieht's weiter hier in die Richtung. So, ich würde ihn holen. Ich würde ihn holen. Zu sicher nicht. Verdammt. Der ist ruhig. Einen haben wir noch. Wir müssen es rein. So. Den haben wir auch. Da hinten sind einige noch. Wir schauen erstmal hier hinten weiter, wo, glaube ich, die Obstützstelle war. Weil da wollen wir auch hin. Sieht nach einem Flugzeugteil aus. Fahrwerk. Aber irgendwie ist es nicht alles. Okay, wir müssen, glaube ich, da lang, wo die Feinde sind. Das ist immer so ein Ding, an dem man sich orientieren kann. Da wo Feinde sind, da kann man weitergehen. So, den haben wir auch. Mal kurz auf den Radar schauen. Jetzt hat die Beine an Dauer. Oh, da hinten ist unsere Abstützstelle. Beziehungsweise die unserer Freundin. Unsere Verbindeten. Und laufen wir in so eine Zeitlupe. Vektor-CAB mit Schalldämpfer. Ich glaube, ich bleibe bei der SA. Die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Auch wenn so ein Rotpunkt gar nicht mal so schlecht wäre. Ich muss ihn nicht umgehen. Ich werde sie einfach töten. Auch wenn das natürlich die dümmere Variante ist. Also laufen die gar nicht durch die Trümmer. Nein, wir sind gestorben. War ich gegen den Ast geschossen. Wie dumm. So. Oh, das war nicht gut. Wir haben uns gelernt. Er macht. Wow. Okay, wir müssen auf jeden Fall da weiter. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Bis gleich.